Hi Leute, ich bin's euer Kalefra vom European Fun Squad und was ihr hier seht ist die Singleplayer Mission Operation Minebusters aus der Kampagne The Anime Within. Und das ist eine Downloadkampagne aus dem, also eine selbst erstellte Kampagne aus dem ED-Forum, die sich jeder runterladen kann und ich hab mir gedacht, komm, give it a go. Und jetzt sind wir hier in der A10, ich fahr sie gerade hoch. Die ganze Mission hat jetzt eine Stunde 18 gedauert. Ich werde dann natürlich nicht die komplette Mission an einem Stück so hochladen, sondern den unwichtigen Teil werde ich einfach ein bisschen beschleunigen, dass ihr nicht komplett eine ganze Stunde dieses Video sehen müsst und die wichtigen Sachen werden dann in Echtzeit ablaufen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet viel Spaß bei dieser Mission haben und bis dahin, alles Gute! Echt Zeit? Untertitelung des ZDF, 2020 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 This is Overlord. Good job. You made the pardon. Enfield, forward. Enemy armor is getting close. Please assist. Dark Knight, 1-1. This is Enfield, 1-1-1-E-10. Lima, Lima, 7-7-8-4 at 15,000. Armed with AGM-65D. Rockets, rockets, 1,150 guns. Flight time is 0, plus 30. Available for tasking. What do you have for us? Dark Knight, 1-1-1-E-10. Pnous up. Anti-X-7-9-4 at 15,000. I am a IMC. sombrother punch. One-off. 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 Post段 is 0, plus 3. You move. You move. Vielen Dank. 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 Altitude, altitude.